Ja, also ein Spiegel würde nicht reichen. Ja, wie sehe ich mich? Ein ruhiger Mensch, ein langsamer Mensch, ein bedächtiger, ein vorsichtiger, ein manchmal spontaner, aber selten ein häuslicher. Also der typische Rumäne ist 100% anders als ich. Ich habe nie diesem Klischee entsprochen und ich war immer ein bisschen geknickt, dass ich nicht als der Rumäne wahrgenommen wurde. Hier ist er nun gelandet, in dieser lieblichen, kopfsteingepflasterten Wohngegend am Thüringer Wald, mitten in der aufgeräumten deutschen Wahlheimat, in die ihn die große Liebe verschlug. Nun verschafft sich der Freigeist mit der rumänischen Seele Luft zum Atmen in seinen Cartoons. Die signiert er mit Nell. Ich war total überrascht, was da alles unter Nell läuft. Die größte Adresse, die ich da gefunden habe, war nicht-eheliche Lebensgemeinschaften. Ja, da war ich sowas von blockiert, dann habe ich auch nicht mehr recherchiert. Nell spielt auf dem Papier mit dem ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Äußerlich längst glücklich eingedeutscht, fühlt er im Herzen immer noch als Rumäne. Die Art zu reisen zum Beispiel, das war das Erste, was mir aufgefallen ist, weil ich bin noch mit der Eisenbahn gekommen. Man war in einer Abteilung, zu sechs oder zu acht und man schaffte es, über eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder zwei Stunden oder noch länger kein Wort zu wechseln. Also wildfremde Leute, die zueinander nur Nettigkeiten austauschen, bitte, danke, darf ich und so, aber sonst nicht. Und diese Schwelle ist in Rumänien wesentlich niedriger als hier. Also hier pflegt man den gepflegten Abstand. In Clausenburg aufgewachsen, verbrachte er als Pädagogensohn eine lehrreiche Kindheit. Mit genügend Raum für Fantasie, die den Knaben glücklich wachsen und gedeihen ließ und ihm eine positive Weltsicht auch im Hinblick auf das Unwesentliche einpflanzte. Dann kam er als Designstudent in die DDR an die Burg Giebichenstein. Seine Karriere in der ostdeutschen Möbelindustrie war für ihn so ernüchternd, dass er seine Ideen lieber freiberuflich im Cartoon auslebte. Zensur statt Freiheit verträgt nicht jeder. Dort habe ich zum ersten Mal gemerkt, was Zensur heißt. Die habe ich dann gespürt, auf eigener Haut. Nell ist ein Mann, der ohne große Worte und Gesten auskommt. Mit kämpferischer Sanftmut, die erheitert und nicht verletzt. Politische Karikatur habe ich eigentlich nicht gemacht, weil die Zeitungen waren Parteizeitungen und da hatte ich sowieso keinen Zugang. Und es hatte keinen Sinn, irgendwo zu gehen und sagen, hier will ich was veröffentlichen. Man hat gewusst, was ankommt und was nicht. Also es war keine Tür an der Stelle. Ich hätte mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen. Vielleicht hätte es noch geklappt, weiß ich nicht. Ja, wie sehe ich mich? Kein Revoluzzer. Ich würde die Revolution kommentieren wahrscheinlich und ich würde sie begleiten, um sie zu dokumentieren, aber ich würde wahrscheinlich nicht derjenige, der die Richtung angibt. Bodenständig und praktisch, statt verkopft und abgehoben, kommt Nell daher. Äußerlich umgeben von stabiler Ordnung, sprudelt sein Kopfkino über von glühendem Witz, der selbst den verbiestersten deutschen Naturen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und das ist genau die richtige Mischung, um beim deutschen Karikaturenpreis auf dem Siegertreppchen zu stehen und mal wieder die Anerkennung als Künstler zu erfahren. Also ich sage von vornherein, ich bin ein Zeichner der Journalisten. Also die Bodenhaftigkeit ist erdig. Ja, ich betrachte mich nicht als Künstler. Du musst den Chaos leben. Du musst viel, viel unangepasster sein als Künstler. Ich schwebe nicht in den künstlerischen Wolken. Also da habe ich sehr früh gemerkt, habe ich nichts zu suchen und ich komme klar damit. Mit dem Alter sieht man seine Karikatur immer ähnlicher aus.